Und willkommen zurück zu Let's Play Burgrem LP. Ja, wir sind gerade in die Instanz, die Todesminie gekommen, deswegen habe ich schnell einen neuen Part eröffnet. Man weiß nicht, wie lange es dauert, wie schnell die DDs sind, aber wir werden unser Bestes geben. So, dann werden wir direkt die erste Aufgabe annehmen. Warten wir, dass die anderen Herrschaften auch die Aufgabe angenommen hat und dann geht es auch gleich los ins Getümmel. So, wir sind alle soweit und dann werden wir starten. So, unsere schwingenden Hammer, die nimmt alles ein. Das Erz werden wir natürlich nicht stehen lassen in der Instanz, das werden wir auch mitnehmen. So, und weiter geht's. Weile und jetzt machen wir auch schön Schaden. Jetzt geht direkt weiter in die nächste Gruppe. Ich hoffe, der Sound ist auch okay. Ich habe bisher noch in der Aufnahme keine Instanz getestet, aber hier wird schon alles hören und es wird auch wohl nicht zu laut sein. Wir sind auch schon gleich beim ersten Bus. Und da ist er schon der erste. Der Psycho-Fieldiot. Und dann kommt zurück. Und dann kommt zurück. Und da ist er schon fast besiegt. Ohne Probleme. Und da ist er besiegt. Aufgabe abgeben, natürlich. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ich habe alles mit hier. Oh, jetzt sind wir vielleicht gut getrunken. Das Werk stört das ja nicht. Ich habe verloren von einem. Das geht doch eigentlich relativ flott. Der Zwerg will doch relativ gut was raus. Heiler ist auch aufzockt. Jetzt sind wir doch schon gleich beim zweiten Bus gleich. Weiter laufen. Nächste Aufgabe annehmen. Wollen wir noch mal ein paar mehr zusammen. Oh, ein Bug. Der Kollege hat eine Axt im Kopf. Seht der das auch? Ah, jetzt ist er weg. Nein. Schade. So, und da können wir uns schon direkt den Boss pullen. Das war schon fast besiegt. Das ist fast. Scheint wohl kein Problem mehr zu sein in den Stranzen. Jetzt läuft der euch an uns auch mal vorbei. So, jetzt spinnt gleich der Gnome auf einen von uns, wenn der große Gnome gestorben ist. Genau, wenn wir noch ein bisschen aui fahren können. Genau, wenn wir noch ein bisschen aui fahren können. Und es geht direkt weiter. Ich finde auch, der Paladin Tank ist einer der besten Tanks, um mehrere Ziele auf einmal zu halten. Das war schon früher so. Also, da ist noch gleich ein Erz für uns. Ich muss das Erz gleich noch mitnehmen. Aber ich kann mal alles hier zusammenziehen. Das ist ja nicht viel. Es ist ja noch kein Elite-Kämpfer dabei. Das kann mal kein Problem sein. So, da sind sie schon alle besiegt. Und weiter geht's zum dritten Boss. Wie haltet ihr es dann? Wollen wir mehrere Instanzen machen? Oder immer nur ab und zu eine? Könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Was wir so vielleicht wollen. So, dann machen wir mal ein paar zusammen. Okay. Ich gehe jetzt mal fast, wenn einer tot ist. Wollen wir den nächsten? Und da stehen wir schon bei vom dritten Boss. Scheint auch kein Problem zu sein. Der große ist für uns. So, und das geht schon los. Die wilde Party. Oh, das Schaden finde ich auch ist relativ guter Weide. Die Kostze gehen relativ schnell runter. Was haben wir eigentlich für einen Heiler? Einen Priester. So. Und wieder eine Aufgabe erledigt. Schon sind wir Level 16. Und wieder eine Aufgabe erledigt. Relativ schnell fallen. Schon gleich zu den nächsten weiterlaufen. Steine steuert. Ich bin hier hinten. da unten nochmal ganz übersehen so was gibt es nicht ein Zinnader nehmen wir die auch gleich noch mit so Kannon-Schuss fast durch nicht die Todesmina so das Hammerkabel weiterlaufen weiterlaufen können sie im Laufen erledigen jawoll angenommen Kapitän ich habe gar nicht aufgepasst auf den Kanonenschuss jetzt bin ich glaube ich ein bisschen zu schnell gelaufen müssen wir uns gleich mal ein bisschen selber heilen alles halt eh nicht ist gut nur meine Schuld wir sind doch ein bisschen zu schnell gelaufen so ja jetzt dann und weiter gehts stop einlegen was wir erledigen können weiter gehts weiter gehts weiterlaufen das obere deck direkt komplett zusammenziehen würde ich sagen ja das ist ja nicht zu viel ja das ist ja nicht zu viel wir stehen ja schon vor dem vorletzten Boss und los gehts vorletzte Boss ah dacke schon fast unsere allererste Instanz geschafft so jetzt kommt jetzt ein Geister aber er ist schon der Erste das ist ja hier der Admiral Rohreißer und dann gehts ja das ist ja hier der Erste da ist ja hier der Erste verschwindet er dann noch einmal, aber ich glaube nicht mehr. Und wir sind da. Oh, da haben wir unseren ersten Ring erbeutet. Den können wir natürlich gleich anziehen. So, und jetzt kommt der Kapitän. Kapitän Kümel. Was man für kein Problem darstellen soll. Und mit den Slakes kann man einbissen, außer es verdorben will ich. Das macht direkt mehr Schaden. Und da ist Kapitän Kümel besiegt. Und wir haben direkt zwei Level in der Instanz geschafft. Das ist doch sehr schön. Dann gehen wir gleich nochmal eine Aufgabe ab. Könnten schon fast Level 18 sein. Das Licht sei mit euch. Nein, wir sind leider nicht Level 18 dran. So, ich schließe diesen Part für diese Instanz. Ich danke fürs Zuschauen. Daumen hoch nicht vergessen. Abonnieren, falls ihr wollt. Falls ihr neue Videos von Bürggrim sehen wollt. Wie er weiter groß und mächtig wird. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.